Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. Unser Thema heute ist der sogenannte Aufwachschlaganfall oder anders ausgedrückt kann man auch sagen Schlaganfall im Schlaf. Dazu wird uns heute umfassend informieren mein heutiger Studiogast. Herzlich willkommen an Professor Bernd Eckert, den leitenden Arzt der Neuroradiologie in der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Professor Eckert, es ging mir relativ schwer schon über die Lippen. Neuroradiologie, was bedeutet das überhaupt? Das müssen wir vielleicht zuerst mal klären. Ja, das ist ein Spezialgebiet der Radiologie und das ist auch so, dass es nicht besonders viele machen, aber das ist eine Spezialausbildung, eine Schwerpunktbezeichnung. Und wir befassen uns sozusagen mit der Darstellung der Gehirnstrukturen und der Rückenmarkstrukturen im CT und im Kernspinn. Das ist die eine Seite der Tätigkeit und das andere ist, dass wir mit dem Katheter operieren. Also das, was Kardiologen am Herzen machen, mit kleinen Kathetern operieren wir an Gehirnadern, auch zum Beispiel im Rahmen des Schlaganfalls. Inwiefern Sie da genau, also wo Sie genau tätig sind beim Schlaganfall oder beim Aufwachschlaganfall, das wollen wir natürlich in dieser Sendung noch klären. Vielleicht sollten wir zuerst aber nochmal eine kleine Definition versuchen. Was ist ein Aufwachschlaganfall oder Aufwachstroke, wie man ja auch sagt, ganz genau? Das ist im Grunde ein Schlaganfall mit den typischen Symptomen eines Schlaganfalls. Das heißt also Körperlähmung, Gesichtslähmung, Sehstörung, Sprachstörung und der tritt aus dem Schlaf heraus auf. Man wacht auf mit diesen Symptomen und kann nicht genau sagen, wann sie angefangen haben. Das heißt, der Patient kommt dann ins Krankenhaus typischerweise und er wird immer gefragt, wann fing es an. Er kann es typischerweise dann eben nicht sagen, weil es aus dem Schlaf heraus geschehen ist. Wie viele Menschen sind betroffen bei uns in Deutschland zum Beispiel? Also es gibt in Deutschland ungefähr 250.000 Schlaganfälle im Jahr. In Hamburg sind das etwa 9.000 pro Jahr. Und man sagt, bis zu 20 Prozent der Patienten kriegen diese Symptome aus dem Schlaf oder im Schlaf. Also es ist nicht so selten, dass wir uns mit der Frage beschäftigen müssen, wann begann jetzt der Schlaganfall. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Normalerweise hat man ja meist gehört, dass sich ein Schlaganfall in irgendeiner Weise ankündigt. Und seien es nur irgendwie ganz wenige Symptome. In diesem Fall ist es dann aber gar nicht so, weil wirklich im Schlaf alles abläuft. Oder wie muss man sich das vorstellen? Hat man irgendeine Chance, das zu erkennen? Naja, also was Sie schon sagen, ist völlig richtig. Es gibt manchmal Vorläufer-Symptome zum Schlaganfall. Zum Beispiel ist das typischerweise, und das Gemeine ist, es ist eben schmerzfrei. Jeder Patient geht zum Arzt, wenn er Schmerzen hat. Beim Schlaganfall hat man keine Schmerzen. Das ist häufig das Problem. Und die typischen Vorläufer-Symptome sind zum Beispiel Sehstörungen auf einem Auge, kurzfristige Lähmung, kurzfristige Gefühlsstörungen in einem Arm oder einem Bein, kurzfristige Sprechstörungen. Das ist nicht so alarmierend, denkt man, weil das von alleine wieder weggeht. Aber das genau sind die Vorläufer-Symptome. Das sind schon kleine Schlaganfälle, die so klein sind, dass sie sich von einer selber auflösen. Und es geht erstmal nochmal weiter. Aber dann, von dem Moment, dann tickt die Uhr und es droht der große Schlaganfall. Und der kann jederzeit passieren. Der kann während des Schlafes oder während der Tageszeit passieren. Also die Vorläufer-Symptome eines Auffasschlaganfalls sind genau die gleichen wie beim normalen Schlaganfall. Nur das Besondere ist eben, dass die Symptome während des Schlafes auftreten und man sie nicht genau mitbekommt. Bedeutet das nochmal ganz klar, weil wenn, dann ist das ja eine unter Umständen lebensrettende Information, die Symptome, die Sie gerade aufgezählt haben, dass man mit diesen Symptomen, wenn man sie verspürt, immer und zwar sofort zum Arzt gehen sollte. Ist das richtig? Ja, man sollte sich möglichst schnell zu einem Arzt gehen und dem die Symptome schildern. Der kann die Symptome dann einsortieren und sagen, das ist vielleicht tatsächlich ein Vorläufer-Symptom und dann muss man schnell Diagnostik machen. Klassischerweise kommen diese kleinen Gerinnsel, die dann ins Gehirn gespült werden, aus dem Herzen oder von der Halsschlagader. Und das kann man heutzutage ja sehr harmlos mit einem Ultraschall untersuchen und sehr schnell feststellen, da ist etwas, das man beseitigen kann, um den Schlaganfall in Zukunft zu verhindern. Sie haben die Diagnostik eben schon angesprochen. Was haben Sie für Möglichkeiten? Wenn man jetzt zum Beispiel zu Ihnen den Weg findet mit Symptomen nach Altona in die Klinik, wie läuft die Diagnostik genau ab? Zunächst einmal wird der Neurologe sehr schnell den Patienten untersuchen und wird das einschätzen können, ist es eine Symptomatik eines beginnenden Schlaganfalls, eines schweren oder vielleicht auch nur eines Vorläufers, einer transitorischen Attacke, TIA ist der medizinische Fachgebrauch. Und dann wird sofort Diagnostik gemacht in Form eines Computertomogramms. Da sieht man zum Beispiel sofort, ist es eine Minderdurchblutung oder ist es eine Einblutung. Das sind zwei Formen des Schlaganfalls, das können wir sehr schnell unterscheiden und entsprechend können wir unterschiedlich therapeutisch reagieren. Und dann, wenn es akut nichts zu tun ist, dann wird man gucken, woher kommen die Symptome und dann hat man etwas mehr Zeit in den nächsten Stunden oder Tagen, dann Diagnostik des Herzens und der Halsschachala zu machen. In jedem Fall wird man aber sofort die richtigen Schritte einleiten und sofort die entsprechenden Medikamente verabreichen oder im schwersten Notfall auch sofort reagieren. Sie haben ja auch in Altona, glaube ich, sind ganz besonders gut ausgestattet mit einer Stroke Unit, wo Sie wirklich, ja, das Neueste vom Neuesten, wenn man es so sagen kann, der Technik vorhanden ist, oder? Ja, das ist so. Wir haben jetzt gerade eine neue Großhistorik unten eingeweiht mit 16 Betten. Und das Besondere bei uns in Altona ist zudem noch, dass wir eben die Neurodisziplin, das heißt also die Neurochirurgie, die Neurologie und die Neuroradiologie gemeinsam stark vertreten haben und also ständig auf einer Notfallbasis, sozusagen sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, immer alle Notfalldisziplinen vorhanden sind und umgehend und sofort reagieren können. Ob der Patient jetzt im Krankenhaus liegt oder ob er zum Notfall von draußen kommt, ist immer sofort sind wir in der Lage, das entsprechend Richtige und auch die Notfallversorgung oder eine Notfalloperation immer sofort durchzuführen. Ich habe mal das Glück gehabt, einen Rundgang machen zu dürfen im Rahmen einer Fernsehsendung auf Ihrer Stoke Unit und ich habe gesehen, dass sogar die Räumlichkeiten, wenn es zum Beispiel um die Diagnostik geht, mit den kürzestmöglichen Wegen auch nacheinander angeordnet sind, sodass das Bett, also jetzt etwas plakativ formuliert, mit dem Patienten wirklich von einem Raum nur direkt zum nächsten gebracht werden muss und man nicht lange Wege durch die Klinik machen muss. Also das ist sehr modern, also ich für meinen Teil bin ja in der Röntgenabteilung eher aktiv, ich bin gelegentlich auf der Schlaganfallstation, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie eng die Handgriffe dort ineinander verzahnt sind. Der Unterschallgerät, das ist direkt nebenan und die Wege dort sind sehr kurz und wenn es nötig ist, ist auch der Weg entweder in den OP oder zu uns, zum CT oder zum Kernspin sehr kurz. Das ist überhaupt der Vorteil in so einem Gebäude wie bei uns, dass es in einem Haus stattfindet und jetzt auch mit einer neuen Fahrstuhlanlage, auch die Fahrstuhlanlage ist schneller, sind wir wirklich auch innerhalb des Hauses sehr schnell. Sie haben eben die Diagnostik ausführlich beschrieben, wo sind Sie genau als Neuroradiologe auch dabei? Wo sieht man Sie da? Der Patient würde mich auch sehr schnell, wenn er mit einem Schlaganfall in die Klinik kommt, sehen, weil wir sind direkt beteiligt bei der Diagnostik, das heißt wir machen gleich das CT, wir gucken bei Schlaganfallpatienten, klassischerweise ist irgendwo eine Ader verschlossen, mit einer Kontrastmitteluntersuchung, mit einer CT-Angiografie und dann machen wir noch eine Durchblutungsdarstellung des Gehirns. Also wir können innerhalb von ungefähr 10, 15 Minuten haben wir also diese Rundum-Diagnostik im Notfall immer realisiert und können sehr schnell beurteilen, ist es ein Schlaganfall, ist er schwerwiegend, muss man erstmal keine Notfallmaßnahme einleiten, muss man eine IV-Lyse, das heißt ein Medikament, in die Vene spritzen, um ein Gerinnsel auszulösen, oder ist es sogar ein so schwerer Schlaganfall, dass wir dann auch noch operativ tätig werden müssen. Also das heißt dann, das sind wenige, das sind circa 10 bis 15 Prozent der Patienten, die wirklich ein Gerinnsel in einer großen Blutader im Gehirn haben. Die dann ganz verstopft ist? Die ganz verstopft ist und der Thrombus dieses Gerinnsel ist so groß, dass wir mit der IV-Verabreichung des Medikamentes in der Regel nicht zum Ziel kommen. Das Ziel ist ja immer, dieses Gerinnsel aufzulösen und wenn das mit dem Medikament nicht funktioniert, dann würden wir direkt mit einem Katheter vor Ort gehen und den versuchen dort rauszuholen. Das ist dann die Katheter-Operation oder endovaskuläre Operation, die bei schweren Schlaganfällen manchmal vorkommt und auch bei Aufwacheschlaganfällen. Und da ist zum Beispiel unsere Aufgabe zu unterscheiden, ob wir anhand des CTs sagen können, der Schlaganfall ist schon sehr alt, ist man wegen mitten in der Nacht passiert oder vielleicht doch erst wenige Minuten vor dem Aufwachen. Das können wir mit unserer subtilen Diagnostik sehr genau herausfinden, ob es noch Sinn macht, eine Notfalloperation zum Beispiel zu machen oder ob es vielleicht sogar zu spät ist. Aber meistens kann ich Sie beruhigen, auch die Angehörigen, die die Patienten dann in die Klinik bringen, es ist meistens noch nicht zu spät. Also es lohnt sich immer, eins an zwei zu rufen und die Patienten so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Beim Schlaganfall, immer. Also man darf eigentlich grundsätzlich niemals zögern beim Schlaganfall. Ja. Sind Aufwachschlaganfälle denn von den Schäden, die Sie hervorrufen, generell schlimmer als in Anführungsstrichen normale Schlaganfälle, weil eben dadurch, dass zwangsläufig, wenn man schläft, ja eine gewisse Zeit noch vergeht, dass eben die entscheidende Zeit ist, die weitere Schäden hervorruft? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nö, das kann man so nicht sagen. Also man muss sagen, die schweren Schlaganfälle sind die, wie ich eben schon sagte, wo die großen Adern verschlossen sind. Und das hat nichts mit der Zeit zu tun? Nein, das ist nur für den Doktor, der sich entscheiden muss, dann im Krankenhaus macht es die Sache schwieriger, als wenn jetzt meinetwegen die Ehefrau vom Patienten sagt, das ist gerade vor einer Stunde passiert, dann wissen wir genau, woran wir sind. Wenn wir das aber nicht wissen, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten, das rauszubekommen. Und dann hilft uns aber die operative Diagnostik, also das CT hilft uns und die anderen Untersuchungen, dass wir das sehr eng eingrenzen können, ob es zu spät ist oder nicht zu spät, wie ich eben schon sagte. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit bei dem Aufferschlaganfall, dass wir keine genaue Angabe über das sogenannte Zeitfenster haben. Für den Neurologen immer wichtig, ist es noch früh genug oder ist es zu spät? Und da können wir dann helfen als Neurologen. Was heißt denn genau zu spät in dem Fall? Es gibt ja dennoch zum Glück diverse Therapieoptionen. Zu spät, also ich rede jetzt vor allen Dingen davon, das Grinsel wieder aufzumachen, die verschlossene Ader zu öffnen. Und dafür ist es manchmal zu spät, wenn der Schlaganfall sich schon vollständig ausgebildet hat. Da würden wir dann im CT zum Beispiel sehen, der Infarkt ist schon vollständig da und da können wir eigentlich nichts mehr machen. Selbst wenn wir das Gefäß aufmachen würden, würden wir dem Patienten damit nicht helfen, sondern wir würden ihn sogar einer Gefahr aussetzen. Das müssen wir eben in der Zeit dann rauskriegen, weil jeder Eingriff auch natürlich immer ein Risiko hat. Auf der anderen Seite kann es zu einer Blutung kommen. Deswegen müssen wir für jeden Patienten sehr individuell, ob Aufwachschlaganfall oder normaler Schlaganfall, entscheiden, wann wir was tun. Wenn es jetzt bei den wenigen Fällen, wo es tatsächlich schon zu spät sein sollte, geht es darum, eine Verschlechterung aufzuhalten, medikamentös zum Beispiel. Und, und das ist in der Stroke und auch sehr gut schon realisiert, sehr schnell mit der Reha-Behandlung zu beginnen. Also je schneller man mit der Reha-Behandlung beginnt, desto besser. Ganz unabhängig von den akuten Maßnahmen. Also das kommt auch genauso für die, die mal zu spät kommen, genauso in Betracht. Also es gilt natürlich, nach Minutenweise oder Sekunden zählender auch den Schaden sozusagen zu minimieren. Aber wenn der Schaden da ist, muss man sofort gucken, dass man mit Reha-Maßnahmen vielleicht ja auch geschädigte Gebiete sozusagen nicht wiederherstellt. Wie formuliert man das? Also man kann ja mit Reha-Maßnahmen zum Beispiel Sachen, die beim Patienten motorisch ausgefallen sind, wieder flott zu machen sozusagen. Ja, man kann also Patienten einfach dazu animieren, so früh wie möglich zu üben. Und je eher man mit diesem Regenerationsprozess beginnt, das ist sozusagen sowohl was die Motorik angeht, als auch was das Lernen der Sprache angeht, je eher man beginnt, desto eher sind die Neuronen, also die Nervenzellen, die nicht geschädigt sind, in der Lage, die Arbeit von den Neuronen, die untergegangen sind, zu übernehmen. Und das ist frühes Training und anhaltendes Training. Man kann die Patienten, und das ist wichtig, denen zeigen, wie sie es machen sollen. Und dann ist es auch immer noch sehr wichtig, wie groß der Eigenantrieb des Patienten ist. Der ist entscheidend. Und da zählt natürlich auch die Stimmung. Auch das ist wichtig. Viele Patienten bekommen im Rahmen oder danach, nach einem Schadenfall, eine Depression. Auch darauf muss man achten, auch darauf muss der Patient, der betreuende Arzt eingehen. Aber das ist alles eigentlich in einem integrativen Rezept der Stroh-Unit unter Nachbehandlung, die dann später ja kommt, auch in der Reha-Klinik, eigentlich bekannt und meistens dann auch sehr gut organisiert. Jetzt sind wir schon sehr schnell inhaltlich vorgeprescht. Herr Professor Eckert, ich war noch gar nicht fertig mit den Therapieoptionen. Also mit der Frage, was man wirklich an Hilfe zur Verfügung hat heutzutage für einen Patienten mit Schlaganfall oder Aufwachschlaganfall. Sie haben den Kathetereingriff eben beschrieben, Medikamente. Was gibt es noch? Das ist schon das Entscheidende eigentlich. Der akute Schlaganfall ist ein akuter Notfall. Im Grunde kann man sich das vorstellen wie ein akuter Herzinfarkt. Da ist das Leben bedroht. Bei einem Schlaganfallpatienten ist die Funktion bedroht. Es droht immer, wenn man nicht rechtzeitig erfolgreich ist, eine schwere Behinderung, lebenslang. Und da ist es erstmal wirklich wichtig zu sagen, und das ist eigentlich immer unsere Hauptfrage als allererstes, müssen wir den Patienten ein Medikament geben, eben das Lyse-Medikament in die Vene, um das Gerinnse wieder aufzulösen? Oder ist es einer, wo wir tatsächlich mit Vollnarkose diese Operation durchführen müssen, um dieses Gerinnse aus dem Blut zu entfernen? Das sind die entscheidenden Maßnahmen zum Zeitpunkt, der Schlaganfall ist. Das andere, darauf sprachen Sie vorhin an, vorbeugende Maßnahmen. Natürlich ist es immer das Gleiche. Es ist immer gut, wenn man auf seinen Blutdruck achtet, wenn man Sport ausreichend treibt, wenn man darauf achtet, wenn man Zucker hat, dass man die Zuckerwerte vernünftig einstellt. Die normalen Risikofaktoren spielen beim Schlaganfall eine riesige Rolle in der Vorbeugung. Und wenn man, und das möchte ich auch nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist, diese Vorläufer-Symptome hat, muss man zum Arzt gehen, um das Rechtstätig zu untersuchen. Wenn man zum Beispiel ein Vorhofflimmern hat, wenn das Herz unregelmäßig schlägt, dann können sich dort Gerinnsel bilden, die plötzlich dann abgeschwemmt werden und zu einem Schlaganfall führen. Da kann man Medikamente gegennehmen. Oder wenn man hier zum Beispiel eine Karottesenge hat, dann kann man die beseitigen mit einer Operation oder mit einem Stent. Und auch da wieder die Gefahr bannen, dass von da ein Schlaganfall aus stattfindet. Das ist dann vorbeugend, aber das gehört sozusagen in den großen Kontext Schlaganfall sehr wichtig mit rein. Und je früher man behandelt, desto besser. Dann entsteht ja so ein schwerer Schlaganfall auch gar nicht mehr. Ja, die Vorbeugung fängt ja ganz früh an, dass man sich aufhört zu rauchen, dass man sich ausreichend bewegt. So banal das klingt und man sagt es jeden Tag wieder, aber das ist das Entscheidende. Aber ich kann auch immer wieder sagen, in jeder Sendung, egal zu welchem Thema, geht es darum, Bewegung, Ernährung, Rauchen aufhören und so weiter. Das kann nur gesund sein. Insofern gehört es auch in dieser Ausgabe. Ich würde noch gerne wissen, Sie hatten anfangs gesagt, dass es zwei Arten von Schlaganfall gibt. Einmal den Verschluss eines Gefäßes durch ein Gerinnsel, aber auch womöglich eine Einblutung in den Körper. Wie sieht denn da die Therapie aus? Das ist eine völlig andere Geschichte. Es gibt manchmal Patienten, die zum Beispiel einen Bluthochdruck haben und die dann chronische Schädigung der Gehirnadern haben. Und dann kann es mal einreißen, so eine Ader kann man einreißen und kann es zu einer Blutung führen. Da muss man natürlich dann keine Ader wieder aufmachen. In der Regel hat das gar keine so schlechte Prognose. Dieses Hämatom, das resorbiert sich langsam wieder und der Patient erholt sich. Und man macht bei dem die gleichen Reha-Maßnahmen wie bei einem Schlaganfall, wo die durch Blutung gestört ist. Es kann mal, wenn es eine sehr große Blutung ist, und es gibt natürlich verschiedene Formen der Blutung, das Gehirn bedrängt werden, sogar gequetscht werden. Und dann wäre der neue Chirurg am Zuge und der muss dann schnell operieren, um diese Raumforderung, um diese Quetschung des Gehirns so schnell wie möglich wieder rückgängig zu machen. Also das ist bei manchen Blutungen eine Option. Herr Professor Eckert, wir kommen so ganz langsam zum Ende unserer Sendung und ich habe am Schluss immer gerne ein kleines Fazit vom Fachmann an unsere Zuschauer. Was ist wichtig zu sagen, wenn wir über den Aufwachschlaganfall oder auch über den Schlaganfall im Allgemeinen sprechen? Eigentlich haben wir es schon gesagt, aber vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen. Also alles in puncto rechtzeitig Symptome einordnen können und dann handeln und auch wenn es passiert ist, wirklich den Mut nicht verlieren, mit der Reha beginnen, um so viel es geht wieder zurückzuholen. Wie kann man das in ausreichend guter Fachsprache nochmal kommunizieren? Ja, also da wiederhole ich mich gerne. Wir haben ja auch mal eine Aufklärungskampagne gemacht von einem Hamburger Neurologen und Radiologen. Vor vier Jahren war das, glaube ich. Und da gab es auch mal so Spots, die in der U-Bahn zu sehen waren. Es gibt halt klare Symptome, die Vorläufersymptome des Schlaganfalls sind. Halbseitige Körperlähmung, halbseitige Gefühlsstörung, Sprechstörung, Sprachstörung, Sehstörung. Sprechstörung ist, wenn man undeutlich spricht, wenn die Ehefrau plötzlich merkt, der Mann spricht undeutlich. Und das andere ist Sprachstörung, wenn man an Wörtern nicht einfallen. Wenn also diese Symptome mal für wenige Minuten vorhanden sind und dazu kommt noch, wenn man plötzlich mal nichts mehr sieht auf einem Auge, dass er wieder weggeht. Das ist immer ein Alarmsymptom. Das sind schon Durchblutungsstörungen, das sind schon im Grunde kleine Schlaganfälle. Und dann heißt es zum Arzt gehen, möglichst schnell. 1, 1, 2. Das ist gelegentlich auch schon 1, 1, 2, wenn es andauert sowieso. Aber wenn es mal kurz ist und wieder weggeht, dann möglichst schnell am nächsten Tag zum Arzt gehen, um Diagnostik zu betreiben. Und ansonsten, wenn wir jetzt beim Schlaganfall sind, das ist ja dann schon ein schwerwiegendes Symptom. Der Patient hat eine anhaltende Lähmung, anhaltende Sprachstörung. Dann ist das ein ganz wichtiger Notfall. Genauso wie ein Herzinfarkt. Und dann muss man 1, 2 rufen. Und das Gute in Hamburg speziell ist jetzt, dass wir hier in dieser Metropolregion so organisiert sind, dass garantiert die Sanitäter, auch die Notärzte wissen, ein Patient mit einem Schlaganfall muss in eine Struckunit, in eine Klinik mit einer Struckunit. Da gibt es in Hamburg neun Kliniken und wir können sicherstellen, dass sie in Hamburg sehr gut versorgt sind. Und in aller Regel ist auch ein Neurodiologe dann beteiligt an der Diagnostik. Und wenn wir dann operieren müssen, was ich Ihnen sagte, mit dem Katheter, diesen Thrombus herausholen, dann sind wir auch zur Stelle oder der Patient wird dann zu uns verlegt. Und da sind wir auch sehr gut miteinander vernetzt. Also das ist hier, kann man sagen, wirklich in Deutschland fast vorbildmäßig organisiert. Wunderbar. Ein sehr schönes Schlusswort von Herrn Professor Eckert. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank meinerseits. Liebe Zuschauer, das war unsere heutige Ausgabe von Nachtvorlesungen nachgefragt. Vielleicht haben Sie Interesse noch an anderen Informationen zu anderen Krankheitsbildern. Surfen Sie bitte auf jeden Fall mal rauf, wenn Sie Zeit und Lust und Interesse haben. www.asklepios.com-nachtvorlesungen Da haben wir mittlerweile eine sehr, sehr stattliche Anzahl von Sendungen für Sie produziert. Alphabetisch geordnet, können Sie sich einfach durchklicken und umfassend informieren. Auch gerne mal weiterleiten an Bekannte, an Verwandte, die vielleicht das ein oder andere Problem haben. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Informationen nutzen. Und ich sage einfach bis bald, alles Gute für Sie und tschüss. Bis bald, alles Gute für Sie. Bis bald, alles Gute für Sie. Bis bald, alles Gute für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020